Smallvictories ist ein Online-Dienst zum Publizieren von Webseiten direkt aus deiner Dropbox. Das ist für uns ideal, um für eine Übung schnell ein paar Webseiten herzustellen. Die Adresse der Webseite von Smallvictories ist smallvictory.es Wenn du dich zum ersten Mal auf dieser Seite befindest, wirst du aufgefordert, dich bei Dropbox anzumelden. Du musst dich mit deinem Dropbox-Konto anmelden. Dann wird eine Verbindung zwischen Dropbox und dem Online-Dienst hergestellt. Ich habe das schon gemacht. Sobald du die Verknüpfung hergestellt hast, wirst du gefragt, ob du eine Webseite machen willst. Du sagst ja und probierst es zu machen, ohne den Newsletter zu abonnieren. Und dann kommst du auf diese Seite. Hier werden so Nonsens-Namen für eine neue Webseite vorgeschlagen. Du kannst hier ein wenig klicken und schauen, was da kommt. Aber ich schreibe jetzt einfach meinen Namen rein. Und drücke auf Next. Und dann komme ich in die Auswahl von den Templates für meine Webseite. Du kannst, wenn du möchtest, gerne mehrere Webseiten machen und Templates ausprobieren. Du kannst auch an der gleichen Webseite mehrere Templates ausprobieren. Man kann das später ändern. Ich nehme jetzt direkt das hier. Das ist das, was wir am Freitag brauchen werden. Mit Preview könnte ich mir einen Vorschau anzeigen lassen. Aber ich drücke jetzt hier direkt auf Use. Und jetzt kommt eine solche Platzhalteranimation, während die Webseite eingerichtet wird. Jusgen,cem,demann. Ich scheibe es einfach. Ich scheibe es einfach. Ich scheibe es einfach.